Ich bin Hanna von Deinholz und ich zeige euch jetzt, welche Spielplätze ich am meisten mag. Hier sind wir auf dem Böhmelburg-Spielplatz. Hier ist es toll, weil man hier so viel rumklettern kann. Mein Lieblingswert ist das mit dem Drehteil. Wir sind auf dem Spielplatz von der Schule. Mir gefällt es hier so gut, weil man hier so gut rumklettern kann. Heinholz. Es ist Dein Holz. Wir sind auf dem Böhmelburg-Spielplatz. Hanna von Deinholz Untertitelung des ZDF, 2020